Fangen wir mal mit der Folge an jetzt, oder was? Ey, läuft doch schon die ganze Zeit. Ey, läuft doch schon, Junge. Ja, läuft immer, ja. So, geil, hallo, willkommen alle da. Hallo, es kommt noch der Korn. Ja, bitte, war einmal sowieso. Rucksack Stufe 3 hier. Nice. 3, 3, ich hab nur irgendeine Pistole und ein Knallgerät hier. Ey, die letzte Folge, Leute, die war so ost. Ey, weißt du noch, Dennis, als wir da waren und dann war das so, ey. Und ich hab dann so, oh. Und ihr dann so, oh. Und wir dann so, eieieiei. Ey, Leute, was sind denn der Coco Jumbo? Boah, ey. Coco Jumbo, hör mir auf, ey. Ich hasse das Lied, Mann. Wie kann man das hassen? Das ist der beste Track der Welt. Ja, Coco Jumbo. Ja, richtig nice. Ist so, aber das Problem ist... Pick me up, turn me down. Du hörst es halt, wenn du es einmal hörst, du weißt du, dein Ohr wie direkt... Dann musst du es immer wieder hören, Alter. Wie bei Coldplay, Mann, so ist es. Weitere Ending Story. 3, 2, 1, 2 Leute. Alter, ich weiß gar nicht, was ich hier mache, ey. Ich sammle mit Waffentausch hier aus. Ey, Junge, du musst dich töten, Mann. Du bist eine Tötungsmaschine. Du hast auch in der letzten Folge gesehen, wie du rasiert hast. Ja, ey, den Kill, ne? Wie der den Bart da weg rasiert hat, das war der Wahnsinn, ey. War einfach schön. Okay, wir machen heute mal eine Competition, okay? Oh nein. Masel. Ja, hi. Wenn der jemand mit 1000 Euro sagt, lass dich nicht drauf ein, bitte. Wenn du es schaffst, heute zwei Leute zu killen, okay? Zwei, das ist ja machbar, ne? Okay, okay. Dann machen wir das so. Das ist eine gesunde Steigerung. Ein Monat lang, ich darf mich einen Monat lang nicht im Gesicht rasieren, okay? Ih, ne, dafür will ich auch nicht. Ich würde das nicht annehmen. Das wird ja wieder nicht. Ey, was habe ich damit zu tun? Brauchen wir jetzt gar nicht damit reinziehen, Alter? Kollektiv. Ne, 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 kollektiv. Das ist deine Wette. Kollektiv. Hallo, ist das deine Ernst? Ja, auf einmal macht der Heidelwurst, Alter. Okay, eine Hälfte dürfen wir nur rasieren. Oh, das ist ja noch geiler, ey. Ja, das darf ich für. Dann sind wir dabei, Alter. Da sind wir dabei. Alles klar. Genau, dann mache ich links, Köring, du rechts und dann stellen wir uns einfach nebeneinander. Ja, genau, dann geht das ab, ey. Die Competition läuft. Warum sind wir eigentlich alle auseinander irgendwie gefügelt? Okay, und jetzt ist aber die Frage, was ist denn die Gegenleistung? Also, was machst du denn dann, wenn du es nicht schaffst? Ich moderiere euren komischen... Ne, das machst du ja sowieso wegen Stuhl. Ne, mach ich nicht. Wegen Stuhl. Wegen Stuhl. Ja, den Kille-Kille auch. Ne, pass auf. Wir machen das so, wenn du gewinnst, ja? Wenn du es nicht schaffst, dann musst du dich komplett einmal rasieren, okay? Ne, komm. Alter, was ist das für ein Wetteinsatz? Ihr rasiert euch zur Hälfte, ey, ihr beiden Spargel-Tartsans, die drei Haare in zwei Wochen wachsen und ich muss die aber komplett kahl machen, oder was? Ey, ja, sicher. Okay. Und dann mach auch Hälfte, okay? Die Hälfte, das ist genauso. Ey, mach Adolf Hitler-Bar, komm. Was? Junge, was stimmt mit euch nicht? Und dann mach Sendung mit dem Marsel, Alter. Sendung mit dem Adolf. Ich klär heute auf, Kinders. Und dann die Übersetzung, dann will die mich mal hören, ey. Auf Reichsdeutsch. Okay, dann mach doch nur, dann mach doch einen Schnäuzer, lässt du dir wachsen, okay? Wenn ich zwei Kläste nicht schaffe, Alter. Alter, so einen Pringles-Schnauzer, Mann, bitte, ey. Ja, der so nach oben geht. Pringles. Bouchacho, Alter. Genau, und das ist eine Beschreibung, der so nach oben geht. Ich hab nur die... Ich hab da die Schnauzer gehabt, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, ey. Dann sitzt du ja acht Wochen dran, oder so. Kommt da jemand sowas aus wie Yeti, Alter? Ich hasse euch. Ich hasse euch. Okay, Mann, Marcel. Deal, ne? Marcel, Alter. Okay, ey, ihr seid so ein Kreti. Mach doch mal jetzt, Alter. Ey, wenn du das nicht schaffst, darf ich dir ins Gesicht scheißen, okay? Das ist gut, das ist nice. Da bin ich dabei, Alter. Da ist schon reingekackt. Aber vorher essen wir so eine Wurst, die da Brunnen ist. Hä? So eine Erbsensuppe, Alter. Linsen, 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 Sonderregelung einballern. Ja, okay, hau raus. Okay, Sonderregelung ist, wenn ich... Es darf nur warm sein. Wenn ich einen Kill gemacht hab, dann... Hallo, 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 hallo. Wenn ich einen Kill gemacht hab, dann muss ich den zweiten auch machen. Aber wenn ich vor dem ersten Kill sterbe, dann gilt das nicht. Weil das ist dann Euro-Unfähigkeit. Die können mich auch einfach sterben lassen. Okay, aber du brauchst dafür doch nicht extra ins Mikro ranrutschen immer. Nee, ich bin einfach nervös gerade. Also, okay. Das geht um mein Leben. Wir machen das so. Boah, ne Faust. Ist eh geil. Ja, und ich muss mit der Pistel zwei Kills machen. Ich hab die mal genommen. Ey, gib doch den Masel, den VSS, du Hampelz. Hä? Nimm einfach alles hier. Ich hab auch gar kein Muniz. Gibt den Masel an die AKM oder so, Curry. Hier in dem VSS, geile Sniper. Warte mal. Wir müssen ja Patek auch mit einbeziehen. Wenn der Masel vor einem Kill drauf geht... Ach guck mal, ich geh wieder los. Da muss Patek sich auch einen Monat an... Hallo, ja, warte. Da bin ich raus. Regelbuch, Alter. Kann jemand mal bitte einen Kommentar in die Regel nochmal zusammenschreiben? Hä? Alter, ich seh alles richtiger Heinz, ey. Wenn ich die Scheiße wachsen lasse, ey. Wenn der Masel... Wir passen nochmal zusammen. Wenn der Masel keinen killt, muss Patrick einen Monat lang sein Bart wachsen, okay? Dann tut mir leid, Patrick. Hä? Aber das ist doch viel wahrscheinlicher, Mann. Ja, stimmt. Ich auch. Irgendwie sind die Wetteinsätze irgendwie nicht dazu, was man machen muss. Weißt du, wenn ich zwei Kills mache, dann müsst ihr euch drei Wochen lang auf einer Seite nur rasieren. Was ist das für mich? Ja, eben. Es wird einfach nichts passieren. Leute, raus aus der Bombenzone, Mann. Warte, wir machen das anders, okay? Wir machen das anders. Komm, wir laufen jetzt durch die Bombenzone, Alter. Komm, ab geht's. Wenn Curry... Hey, was ist denn jetzt? Ein Kill macht. Und Marcel auch. Hä? Ja, wenn er du einen halben Kill machst, wenn er ausgenockt ist, darf Patrick eine Woche nicht mehr Depaneda spielen. Was weiß ich, Alter. Die Bombenzone müssen, glaub ich, irgendwie einen Notar dazu holen, ey. Ich blick gleich noch mal wieder durch. Ja, der Vladi macht das dann nächste Woche. Der weiß ich auch nicht, ey. Nein, wir machen das ganz einfach. Ja, voll einfach. Wir machen das... Pass auf, wir machen das besser. Wenn ich zwei Kills schaffe, gebt ihr mir ein Eis aus. Wenn ich keine zwei Kills schaffe, dann gebe ich euch ein Eis aus. Seid ihr zufrieden? Ja, aber wenn du das nicht schaffst, dann darf ich dir... Also die Eiskugel ist dann meine Scheiße. Was ist denn los? Ey, Junge, du hast ja irgendwie... Da ist ja irgendwie Durchfall momentan, oder was stimmt mit dir nicht, ey? Du hast den Oreo-Schiss, Alter, ganz ehrlich. Leute, ab zu den Häusern, komm, ey. Ab geht's, ey. Oh, Curry, was ist denn los? Ja, weiß ich nicht, da war lustig jetzt. War lustig, ja. Das war lustig, ja. Schön. Patrick hat keinen Bock mehr. Ins Gesicht scheißen geht immer. Ja, vor allem wie der Curry da sitzt. Mutterhenne, weißt du? Wusstest du, dass wir mal Adolf Hitler gekillt haben? Was ist? Boah, wir haben ja mal eine Eier geschossen. Spiel mal wirklich, ohne Witz, Sniper Elite 4, ne? Mutterhenne. Mach mal Casual, Sniper Elite 4, Alter. Ohne Witz. Das ist das schlechteste Spiel, was synchronisiert... Okay. Mach das mal, bitte, Marcel. Komm, das wünsche ich mir jetzt, okay? Ja. Okay, okay, okay. Sniper Elite 4. Ja, ja. Ich hab mir mal, ich glaub... Komm, schreib dir das mal auf. War das der dritte Teil, den ich mag? Ich weiß ja nicht. Ja, der war richtig scheiße, Alter. Ja, deswegen, mach das mal. Aber ich geb den Tipp, achte auf die Synchro, wirklich. Okay. Hurensohn. Hurensohn. Also, ich seh bald Masel-Folge. Eine Masel-Folge. Warum laufen wir eigentlich alle auf dem Dach? Ich weiß auch nicht. Sterben? Nee, das... Oh! Tut das weh. Tut das weh. Tut das nur gut. Oh, Gesundheit. Was ist denn los mit dir? Baseball-Kappe haben wir hier. Weißt du, das Ding ist, letzte Lesung in den Kommentaren. Na, du bist immer so kindisch, wenn die anderen dabei sind. Ach, Quatsch. Weißt du, die ersten Folgen waren auch normal, ne? Sei ruhig da, ey. Komm. Ruhe! Wir sind Freunde. Knallt gleich. Freunde für immer! Freunde für immer! Ja! Rene SKS! Anne ist wohl... Kf! Wenn wir Freunde sind, ja? Dann lass uns doch mal kurz alle hier hinstellen. Nein! Okay. Hör auf, man. Wir nehmen das gerade nicht serious, Alter. Ja komm, wir müssen jetzt gewinnen. Geht doch um Eis. Was, was, was... Masel, nimm mal deine Schottlern... Aber was mit Eis? Und nimm mal lieber die hier. Guck mal. Die ist besser hier, Masel. Ich bin der Falsche, Masel. Ach nee, das ist der Falsche. Ey, der ist so ne Armee, weißt du? Komm her zu unserem Stoßdrupp. Läuft der zum Feind, ey, geil. Meldung! Hier ist Munition da, Masel. Oh, danke, danke für den Eis. Ja, ich hätte jetzt unbedingt schießen müssen. So hätte er das niemals gesehen. Nee, nie wieder. Das Loch im Boden, mach ich die Stelle. Okay. Ja, ne, wo gehen wir hin? Wir müssen nicht hin. Da läuft einer auf den Containern auf 255 Schaden. Der hat sich aber hingelegt. Der hat sich hingelegt. Alter, wir laufen jetzt aber über offenes Feld, ne? Deswegen bück ich mich. Ja, bück ich mich mal. Ich hab ne Rauchgranate. Soll ich mal eine werfen? Ja, Berg mal. Mach mal. Kann nicht schaden. Wo ist der denn? Oh, auf Containersee ist auch einer. Jo, alles klar. Wir weg, jo, tschüss. Wiedersehen. Patrick, lass uns zurückgehen, bitte. Oh nein, ey. Was war das für ne Scheißidee, ey. Patrick, komm zurück. Soll ich dich mal erinnern, als du ausgestiegen bist, Patrick? Oh nein, warum war ich? Okay, ich renne nach dir vorbei, ne? Es geht um Eis, Patrick, du musstest mal stehen. Komm, Patrick. Komm. Ey, wir müssen Patrick retten, Mann. Smoke. Nice. Oh nein, ey. Sorry. Patrick, ey, ist du allein. Leute, was war das für ne Scheißmove? Das war ein Scheißmove. Ich hab doch gesagt, lass sollen die alle nicht umlaufen. Ja, ja. Leute, da ist einer bei der Container, die hat das... Du hast das Smoke? Ja, ey, was soll ich dir smokeen? Schmeiß mal hinter Patrick seine Leiche, bitte. Ey, loot den doch, wenn du willst. Ja, mach doch jetzt. Weiß doch noch mal drauf, ey. Ey, der hat doch nix. Mach doch. Ach, ja. Ey, ich hasse dieses Spiel. Ja, du triff dich drin. Ich sag hinter... Okay, wir können weitergehen. Bitte nicht empfehlen, das noch mal zu spielen, also. Ja, ich merke schon. Ja, ich merke, wie du vorher dachtest. Ja, sag ich ja. Mach aggressiv. Alles du Scopes, Patrick? Was hatte ich? Gopes. Äh, ja, ein Ruhepunkt. Ja. Du, du, du. Dann lass mal zurückkommen. Was wollt ihr in der Hütte da? Ach, ey, die Leute, lass hier warten. Die müssen kommen. Ja, Mann. Ey, yo, Mann. Die müssen kommen, Mann. Die müssen kommen, Mann. Die müssen kommen. Wenn wir kommen, gibt das Wort K.O. Der Masel rennt an der Puppe und sagt so, es geht um Eis, verstehst du? Ja, es ist auch einfach so. Was ist jetzt, Masel? Was ist hier los, Alter? Aber warum schießen die auf mich? Wir hätten euch verpfiffen können. Scheiße! Alter! Ich glitsch! Oh, nein. Dann ist es nicht gut, ne? Ey, guck mal, komm mal hoch! Das kann doch nicht sein! Oh, nein. Ich seh nichts. Oh, bitte. Ist so doof, durch ne Tür zu kriechen, ne? Kann mich einer anschieben? Ja, klar. Was soll ich denn jetzt machen? Da oben in die Tür. Ah, ich hab's geschafft. Ohhhh. Kommt gerade hochkommen, weißt du. Da läuft einer bei den Containern bei, äh, 195? 110? Ich seh gar nix. Alter, was hast du für Augen? Oh, was ist denn hier? Oh, da ist noch eine schöne Ritzel im Haus. Wollen wir jetzt hier sitzen bleiben? Ich in den Containern. Bei 210 Grad. Hallo. 110? Ich seh die Gegner und dann töten die mich. Ähm, sind wir im sicheren Bereich gerade? Ja. Okay. Naja. Ich hab ihn nicht. Ne, ich nicht. Die hab auch nicht. Genau auf der Linie. Ach so, ja, ich seh den auf dem Container. Aber der muss kommen gleich, Curry. Lass ihn kommen. Dennis, kannst du noch mal zu diesem Kran gucken? Zu dem blauen Kran? Die werden da nicht hinkommen, die wissen, dass wir hier sind. Also, die werden schon hinkommen, aber die werden uns wegbumsen. Wie fühlt das einer auf dem Kran ist? Äh, X, ne, V, Y. Jetzt nicht mal den Wusch, mal gucken, was passiert. Ich hab' da Ahnung, wie das geht. Willst du machen? Hinlegen. Äh, Z. Äh, Z oder Y. Es wechselt. Ach Gott, okay. Da würde ich nicht mal maßen, was du da gerade machst. Oh, dann geh ich wieder. Ich schlängel mich fort. Oh mein Gott. Wir haben echt Glück ein. Wir haben echt Glück ein. Pü, 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 pü. Hm. Das wird jetzt spaßig, du. Aber der Patrick, ey, der tut mir so leid, man. Hätte nicht sein müssen. Okay, die haben ein Auto. Das stimmt. Komm, wir greifen die jetzt an für Patrick. Bomben incoming. Äh. Wo fahren die hin, Curry? Weiß ich nicht. Sind nach rechts, nach Nordwesten abgedriftet. Weiß man, Paysat, ey. Da, Auto. Rücke. Wahrscheinlich seid jetzt wieder meine Schuld. Da kommt ein Auto auf euch zu. Ja. Auf der rechten Seite vom Haus. Ja, ich seh's, ich seh's praktisch. Jetzt, jetzt aber nicht mehr so. Oh, weg vom Fenster. Auch nicht werden wir weggeballert, ey. Bitte. Okay, es fährt links den Berg hoch. Da ist ein Auto gewesen. Boah, bitte explodier. Kann das Haus eigentlich kaputt gehen? Oder ist das hier... Ne, ne. Was jetzt davon? Ja, es werden kaputt gehen. Ja, ja. Es ist eine Revolution. Aber nur die erste Etage. Revolution. Nee. Kann ich. Revolution. Okay, weiter geht's, komm. Lass uns jetzt gehen. Los geht's. Wer entschuldigt sich? Wir müssen uns jetzt alle bei Patrick entschuldigen. Entschuldigung, Patrick. Patrick. Wer hat denn die Idee zu den Containern zu laufen? Hilfe. Ja, wer hat die Idee? Oh, es wird auf mich geschossen. Rückzug. Ja, von links. Vom Baum, vom Baum, links. Ja, ich hab's gesehen. Suppressive fire, bitte. Hinterm Baum. Ja. Oh, denn. Ich seh den nicht. Rechts, rechts, rechts. Weiter rechts, weiter rechts. Ja, der Baum, der große Baum da hinten. Ja, der. Oder? Da wo Dennis grad hinläuft. Ja, der Baum davor. Also. Oh! Was? Fuck. Oh nein. Ich fliege. Ich fliege. Ich fliege. Ich bin. Und ich. Ich bin tot. Toll. Jetzt den Glückwunsch. Ich hab ein Eis gewonnen. Kevin. Einfach. Einfach. Einfach nice game, man. Oder schießt du? Kevin, push. Push. Push den. Ja, ich bin da dabei. Der ist auf mich fokussiert. Boah, Alter. Ich hätt von der Seite vom Stiper beschossen. Von hinten. Nice. Der Kevin hat sich ausgeschaltet. Oh, ich fliege. Nein. Oh, Mann. Okay, der tötet dich jetzt. Du kannst Dennis nicht holen. Da ist ein Sniper irgendwo. Curry! Was? Das ist wohl gerade in Atem. Der hat mir Smoke geworfen, Mann. Oh, Dennis, hey. Halt doch mal was länger durch. Ich hab dir Wunde zugedrückt. Er hat aber nichts gebracht. Nicht reindrücken. Der ist hinter dir, Curry. Ne, der ist nicht hinter mir. Der ist da vorne. So. Ich bin 65 Grad. Hast du irgendwie ein Visier gehabt? Ne. Toll. Ja, das, äh, tschüss. Selbst im Tod ist Dennis für nichts mehr zugebraucht. Geh ein bisschen schwimmen. Ein bisschen kraulen. Ja, Mann. Die sind da mit dem Boot angekommen, Mann. Ey, nur noch 24 Leute. Das machst du alleine. Ja, ganz klar. Easy. Kein Problem. Alles klar, alles. Kein Stress hier, Mann. Ich mach's jetzt. Bisschen die Beckenmuskeln trainieren dann im Wasser, dann geht das schon. Ja, ja. Ich stimme jetzt hier rüber und sterbe bestimmt nicht. Blub, blub, blub. Boah, guck mal hier. Was ist ein krass unter Wasser, äh. Unter Wasser Stealth-Modus, Alter. Richtige Unterwasser-Landschaft. Ah, da ist, da guck mal, ne, ne Anemone. Und ne Tulpe. Unter Wasser. Schön. Der Distel. Der Distel. Einmal ein bisschen schwimmen. Dann geht's uns allen wieder gut, Mann. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich setz mich jetzt einfach irgendwo in Busch, weißt du? Oh, ja. Da dachte ich schon abstuhlen. Der Tarn-Modus, Alter. Du musst dann nur noch 400 Kilometer laufen, aber... Das ist ein Motorrad, Töne. Stimmt doch gar nicht. Oder? Ist das ein Motorrad oder ist das ein Transformer? Ja, das ist ein Transformer. Das ist ja auch ein Rabe. Sieht aus wie ein Rabe, Junge. Guck mal. Schön nach Rabe. Das war nicht auf mich, oder? Im Turm, oder? Ich werde das nicht herausfinden, Patrick. Gib Gas, Curry. Jo, 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 jo. Ich hab volles Vertrauen in mich. Ja, ja, ich auch. Echt cool. Du schaffst das Double D, Alter. Warte, was ist das für ein Land auf dem Nummernschild? L? P? L? Ist das Polen? Schon sein. PL ist Polen, ja. Das ist ja, das ist ja verrückt. Ja, ne, oder? Ich hab mir Polen immer so vorgestellt. Und Kriegsgebiet, wo alle sich gegenseitig holen. Ja, und wo alle Rabenmotor wieder haben. Kannst du mal gucken, ob du mein Fahrrad wieder findest? Mein Fahrrad? Was? Ach so. Oder Autoradio. Ja. Ach so, ah. Jetzt verstehe ich diesen rassistischen Witz. Das wird jetzt lustig. Du darfst das Double D, komm. 25. Sie hört mir zu und lacht. Okay. Andere holen 18, du jetzt. 24, komm. Okay, geil, Mann. Alles klar. So, so, jetzt fang ich mal an. Beginne. Nimm den nach vorne. Den. Ne, weg. Ja. Ich will ein bisschen weiter links gucken, der wäre eine gute Möglichkeit. Ja, aber es ist mit dem nach vorne. Ist endlich gestorben. Ah, Mann. Der Infinity, ey. Schade. Oh, guck mal, da rennt zwei. Das wäre süß. Oh. Ein Picknick. Picknick am Wegesrand. Machst du nicht ernsthaft? Fluss. Nee, schieß jetzt nicht. Schieß. Boah, zwei Schüsse und zwei Tote. Du machst das Curry, du bist der Tyger. Komm. Wenn die im Wasser sind, holst du die. Komm. Echt, lauf jetzt runter. Wenn die im Wasser sind, holst du die. Die sind wie Jesus. Und jetzt, wenn die hochkommen, bringst du sie um. Ein nach dem anderen. Ey, das wäre fies. Wenn du das schaffst, ey. Weiter, 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 weiter. Oh, oh, oh. Das, äh. Gute Idee. Ah, somebody shooting unsere Wurst. Oh. Someone like you. Oh. 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 Okay, nicht gut. Hey. Komm. Ja, das war ein guter Plan. Ja, das war ein Hammerplan, Leute. Ich hab mich richtig gefreut. Also. Wo ist dein Motorrad? Fahr die mit dem Motorrad rum. Auto. Hä? Hast du das gesehen? Dramatisches. Ach Gott, ey. Schön. Ich hab so Angst. Ich scheiß mir allen. Ja, das ist schön braun. Oh, die wie schießen sich da jetzt gegenseitig? Da wird ja schön geballert, ja. Guck mal da. Knallen. Das hört sich an wie Böller. Als hätten die Böller da hingeworfen. Wie soll alle peng, peng, weglaufen. So, ich fände jetzt mit dem Motorrad um, Alter. Das macht nichts. Ey, ich werde mir jetzt da hochgehen und dann werde ich holen Böller. Abwarten wirst du? Boah. Abwarten, ja. Bist du also einer der geduldigen Sorte, ja? Ja, genau so sieht das aus. Aber dann Wasser, Wasser in Ruhe kochen lassen, weißt du? Mhm. Vielleicht können wir ja noch gewinnen auf irgendeiner komischen Art und Weise. Das machst du schon. Ja. Ich glaube wirklich dran. Also wenn einer das macht, dann du. Ja, glaube ich auch. Ich glaube das nicht. Ich verstehe diesen Balken über der Minimap unten nicht. Was ist das für ein... Dann ist, wie weit die Zone von dir weg ist. Das blaue ist, wie weit die Zone kommt. Wenn das komplett blau ist, dann ist die Zone da. Das ist ja verrückt. Dann ist der blaue, die blaue Zone bei der weißen. Der weiß halt einfach, Alter. Der Patrick weiß Bescheid. Patrick ist wie so ein Vicky, weißt du? Ich habe knapp 100 Stunden und ich kann es immer noch nicht, das Spiel. Wir können ja alle jetzt nebenbei auf dem Handy die Pressekonferenz gucken. Während Curry da noch... Ja, danke für eure Unterstützung. Geil! Wir supporten nicht, wo es so geht. Geh mal drauf, dann können wir nämlich Feier machen, weißt du? Ey. Ey. Ja, krass ja. Pass auf, Stein, links. Oh ja, alles klar. Stein, du bist es. Wer ist hier? Wer ist hier? Oh, the door is open. Jeep. Geep. Chip. oder knallt von links rechts links und weiter mal dabei ist aber lustig ne hat ja nur scheinen in der ripper die zwiebel war und zwei waren busch hier da kann ich mir doch einsetzen oder irgendwo so das ist jetzt das bin ich jetzt hier war ein guter plan machen ja der marcel plan alter das ist der marcel plan die tarnung ist einfach auf jeden ab geht der spaß freunde sanitätstasche und seine tarnung ist und seine leute mein freund die sanitätstasche ist nach der apfeltasche meine lieblings tasche ist geil warten wir einfach mal abkommen mal gucken was passiert bestimmt cool also die taktik ist auf jeden fall spaß faktor 100 ist gut ist gut ich freue mich noch gerade bin ich bin jetzt kommt jetzt jemand vorbei der will sich dann hier bei diesem busch hey das wäre jetzt aber nicht so geil was machen die denn da hat er denn dahinten hat wenn man hat werden oder was mg wenn jetzt einer mit vorbeiläuft einfach so eine splittergranate rausrollen lassen dann explodierte wie sie ja du auch oder ding ist jetzt kommt von hier oben action oder auch nicht getan ich sehe dich gar nicht mehr bist du wort noch da ist der körper ist sonst kevin hallo ich höre ich nicht um da leute ich kann ja ich kann ja nicht mehr sehen aber nicht nett und gucken wo die zon jetzt hingeht ich freue mich richtig drauf das ist gerade 18 leben noch leute ich bin unter die top ten jetzt immer wie beim fußball hier schön aussitzen zono ist jetzt erst mal den döner parkt den bus ey parkt den bus leute ok warte zone geht jetzt vor gleich auto wo von auto gehört zone ja das ist doch super blatt noch ein bisschen ja auch hier nimm dir ne tassi sparen das ist spannend hemorrhiden ich brauche nen neuen busch leute george busch ja aber so nen busch findest du nie wieder fang busch das war der einzig wahre ja man der busch ein busch sie zu knechten sie alle zu finden der wilhelm der busch zu treiben und ewig zu binden den busch so ein neuer busch schön schön oh rechts ja einer einen anderen busch gefunden 17 personen leben noch das ist jetzt die busch taktik leute einfach aus zeit zeit wird die wunde heilen häuschen ja da oben da wird schön gefeuert im baum ja guck mal noch 16 guck mal da ist einer penster hast du gesehen guck mal da hüpft da rum der hüpft da rum sollte mich gerade ein sollte mich jetzt nicht bewegen wenn es geht nö 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 hinter mir läuft auch einer ist ja schön das ist schön wie armen maden kommen sie jetzt überall raus guck mal der ist der stein guck mal der weiß nicht dass ich da bin ne noch noch bis er in den Busch will ja bis er in den Busch will hallo kannst du mal rutschen da ist ja noch Platz hier ist nicht genug Platz für uns beide ich habe ja nicht mehr den ghillie suit gesehen im Spiel ne ja stimmt ja der ist halt nur in den airdrops ne ja 16 personen noch am der herr muss ja in den Fläuche runter ja der muss ja mal vorbeilaufen aber dann sieht der im Haus den guck mal der guckt jetzt am Baum vorbei der stirbt dann in den Busch hinein weißt du oh ja der kommt jetzt weiter runter oh der hat Lust oh Curry du holst ihn dir alle ich weiß das knall den du jungen komm knall den du wohnst du nackt die Bitschi die ganze Nacht ab in den Nacken ab in den Nacken rein kann aber sein dass der dich jetzt sieht ja die Option ich laufe natürlich Gefahr dass der mich sieht der sieht dich nicht ja okay Patrick wenn du das sagst dann bitte ich hab das schon so oft gemacht zentrale zentrale zone ist coming wo geht er jetzt hin was hat er vor oh jetzt geht er vor oh guck mal wie der da oben läuft wie so ein Iggy alter der ist aber alleine boah der geht ja schon Risiko das 3, 2, 1 Risiko Darkwing Duck oh 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 das muss er noch mal wir hatten eine Bombe wo man geguckt hat hallo bleib einfach Curry bleib du süßer ich würde aber leben aber nicht in der Zone das ist das Problem wo du noch einen Busch warte noch ein bisschen ah nicht bewegen oh oh left side Curry du musst jetzt auch laufen ja und sonst so ach doch ne ja oh da kommt die Wand ich nahm ihn dir jetzt sind noch am Leben oder gehen in den Busch hängen an den Häusermann ne ja ja der Häusermann der ist vor dir hinterbäum hinterbäum oh oh das ist der Häusermann das geht nicht gut holen dir holen dir schnapp ihn nein nein mit null killt sechster Platz das war immer die Taktik ich meine das kann man ja ja siehste immerhin kann jemand ein Song mit James Plant noch zum Schluss singen ja beautiful you're beautiful it's true wow nice ja war toll super geil das war ne geile Runde ich liebe euch tschüss ja auch